Ob bei der Arbeit oder im Privaten, die Welt verändert sich aufgrund von Globalisierung und Digitalisierung. Einige dieser Veränderungen sind praktisch, andere besorgniserregend. Eines ist sicher, neue Bedrohungen verändern unseren Alltag rasant. Deshalb muss die Strafverfolgung hier nicht nur gegensteuern, sondern die technologischen Fähigkeiten krimineller Strukturen auf transnationaler Ebene übertreffen, um die Gesellschaft effektiv zu schützen. Um Europa sicherer zu gestalten, müssen wir einen Schritt voraus sein. Hier kommen wir ins Spiel. CEPOL, die Agentur der EU für die Aus- und Fortbildung im Bereich der Strafverfolgung. CEPOL bringt die europäischen Strafverfolgungsbehörden zusammen. Mit dem vielfältigen Ausbildungsangebot von über hunderten Präsenz- und Online-Kursen schulen wir über 30.000 Beamte im Jahr. Mit den neu gewonnenen Kompetenzen können sie effektiv gegen die Verbrechen von heute und morgen vorgehen. Grenzüberschreitende Zusammenarbeit und Know-how in Bereichen wie Cyberkriminalität, Forensik oder Terrorbekämpfung sind entscheidend für ein sicheres Europa. Wir stärken bestehende Netzwerke durch ein Austauschprogramm für Strafverfolgungsbedienstete. Gleichzeitig fördern wir Schulungen und Kooperationen mit Europas Nachbarstaaten. Der Kriminalität voraus sein, von Experten lernen und Netzwerke mit Strafverfolgungsbehörden aus ganz Europa aufbauen. Das ist Aus- und Fortbildung mit CEPOL. CEPOL. Gemeinsam für eine sichere EU. Das ist Aus- und Fortbildung mit Strafverfolgungsbedienstete. – complete Brotung und Beifallungsbedienstete. – Untertitelung des ZDF, 2020